Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 644 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schreibe meine Ideen sofort auf diese Tafel, damit ich sie nicht vergesse. Ich schreibe meine Ideen sofort auf diese Tafel, damit ich sie nicht vergesse. Lisa steht barfuß auf dem Balkon und atmet die frische Morgenluft ein. Lisa steht barfuß auf dem Balkon und atmet die frische Morgenluft ein. Lisa steht barfuß auf dem Balkon und atmet die frische Morgenluft ein. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Die beiden Tauben sind tägliche Gäste an unserer Wasserstelle im Garten. Die beiden Tauben sind tägliche Gäste an unserer Wasserstelle im Garten. Der Acker ist zu verkaufen. Hier entsteht demnächst Bauland. Der Acker ist zu verkaufen. Hier entsteht demnächst Bauland. Es sind noch Erdbeeren von gestern übrig. Du kannst sie in dein Müsli tun. Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Wenn ich meine Augen schließe, sieht mich niemand. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Heute gibt es 10% Rabatt. Das einzige Zimmer, das noch für den Patienten übrig ist, ist da drüben rechts. Das einzige Zimmer, das noch für den Patienten übrig ist, ist da drüben rechts. Das einzige Zimmer, das noch für den Patienten übrig ist, ist da drüben rechts. Wir können keine weiteren Patienten mehr aufnehmen. Ich laufe nicht nur Marathon, sondern trainiere meine Muskeln auch in anderen Sportarten. Ich laufe nicht nur Marathon, sondern trainiere meine Muskeln auch in anderen Sportarten. Die anderen können sich mal wieder nicht einigen. Unter unserer Anleitung entdecken die Kinder gemeinsam das Internet. Unter unserer Anleitung entdecken die Kinder gemeinsam das Internet. Das ist für die beiden sehr interessant. Durch das Strecken werden unsere Faszien und Muskeln gedehnt und wieder besser durchblutet. Durch das Strecken werden unsere Faszien und Muskeln gedehnt und wieder besser durchblutet. Nimm dir Zeit beim Zähneputzen. Ich zeige dir noch einmal, wie es geht. Probieren ist Pflicht. 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 Sonst kann ich ja nicht beurteilen, ob der Kuchen auch wirklich gut wird. Was du von mir verlangst Was du von mir verlangst ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Was du von mir verlangst, ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wie. 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 Wie.